Ja und willkommen zu einem neuen Video. Heute eine Runde Fortnite und ich setze direkt mal den neuen 50 gegen 50 Modus. So, okay, ähm... Deutsch? Ja oder nein? Da hatte ich noch etwas vergessen. Ups, ups. Wenn ich auf Deutsch rede. Ne, ich bin Engländer, weißt du? Okay, ich bin blau. Ich gehe mal zum Tomato Town. Ich könnte auch nach Retail gehen, aber in Retail wird halt jetzt ultra viel Party sein, weil die die anderen halt schon direkt wegschnitzeln wollen. Ich weiß auch nicht, ob die Server das überhaupt aushalten, wenn so viele Leute jetzt auf einmal ineinander drinstehen. Und dann nochmal, falls ich etwas komisch klinge, ich bin krank. Als ob ich direkt eine Ska habe. Ja, moin! Eine Ska und eine grüne Pump. Lol. Alter, was habe ich denn für Lack? Ich habe direkt eine Ska. Aber ich glaube, die Chance wurde nur etwas erhöht. Alter, ich sehe gerade fünf auf einmal. Während ich den fette Bauch hinweg. Verfahrt! Fünf Loot Drops! Also Leute, ihr müsst wissen, ich spiele das zum ersten Mal und habe jetzt keine Ahnung, wie das soll ich abläufen. Alter, wie viele Loot Drops? Ich komme da nicht drauf klar. Mein Loot Drop. Hi, Matt. Also ich stelle es jetzt mal mit dem Loot Drop und tanze. Matt, ich bin es. Yo. Ja, okay, wir gewinnen auf jeden Fall. Es gibt nur noch neue Gegner. Aber ich will auch endlich mal einen sehen. Hallo? Achso, da! Halt! Fuck, wo ist der Trigger? Oh, als ob der da oben war. Ups. Fuck! Nein! Alter, ich bin so... Doch, mate! No skill, please! Hallo? Alles klar, die finishen ihn beide. Hallo, ihr seid mate! Nehmt mir doch! Danke! Ob die Leute hier so intelligent sind. Man weiß es nicht. Wo ist der letzte? Ich will ihn wenigstens gesehen haben. Epscher Sieg! Nice! Mein erster Tag. Und das ist der letzte Tag. Ich will ihn nicht nur haben. Und das ist der letzte Tag. Ja, das ist der letzte Tag. Okay, der letzte Tag. Kannst du mir helfen? Bist du mein Freund? Alter, wie schnell kriegt man denn die Damage? Nee. Nee. Ich krieg hier durchgehen. Aber ich seh nie einen. Da war gerade eine Sternschnuppe. Wieso kann ich nicht laufen? Hallo? What? Hä? Ähm. Fuck? Was war das? What the freaking banana was that? Mann, ich will endlich mal einen Kill in diesem Scheiß-Mode machen. Ich gewinn immer, aber mach nie einen Kill. Das nervt etwas. Ich bring immer, wenn ich runterfalle. Das war aber ne ganz leise Sternschnuppe. Das war aber ne ganz leise Sternschnuppe. Das war aber ne ganz leise Sternschnuppe. Das war ja. 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 Okay. Das war ja.